m e mein Gott hier ist noch wieder ein Faf Faf ein Faf Faf Niko, bleibt mal stehen, bleibt mal stehen, Niko ein Faf Faf? was weißt du, Tobi? damit Nubis auch mal zäunen, ne? ich weiß ich hab gerade einen Faf Faf gekillt ich seh euch, ich seh euch, ich seh euch kannst du erkennen, was es darstellen soll? ich seh euch! das ist ein unheiliges Kreuz so rum und so rum ist ein heiliges Kreuz jetzt kann es fast ein Pluszeichen sein Hexer, ich brauch ein Glas hab ich die dann trink was jetzt brauch ich ein bisschen mehr Niko, Niko, Niko was? du, hast du noch irgendwie welche von mir aufgesammelt? oder wo sind die restlichen? ne, wo hast du die Klasse? oben in der Decke und an der Seite achso, hier sind nur welche guck mal nur was macht ihr da in den Kisten? hä, mir fehlen drei Niko ouch Niko, du hast noch drei Stück von mir ne, hab ich nicht hast du ne, hab ich nicht hier hinten in der Ecke fehlt das Niko, ich klau mir jetzt sein Inventar was, ich hab doch nicht Scheine ne wo sind die sich so einen Screenshot zuschicken oder was? gut, lass den machen gerade kurz hier in den Ecken hier in den Ecken so, ähm ja, wo brauch ich denn mal schöne Kappelwände hin? Kappel, Kappel, Kappel Kann man auch irgendwie da Türen draus machen? noch nicht, oder? da Tür? nö schade so ich brauch ein Zauntor wo wir? für eine ziemlich sinnlose Wand cool und wenn ich sinnlos sage, meine ich sinnlos und zwar sehr sinnlos cool doch wo sie los so blablabla 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 wuhu so jetzt siehts doch stylish aus äh, hast du jetzt ernsthaft da ey, die wollte ich craften zu spät ey IN Kafkins wie f nick hab ich gecraftelt? hatfan 2 3 touched Dresden ey das ist eine blöde Katze weg 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 voy συν Euro Karte gut nur durchsichtbar oben so und drei Bricks oder was sagtest du er hat er bricht in der Dingsform von der Schale und auch immer mehr mein Nummer zwei Stück so und wie befüllt man die jetzt einfach in den Auge oder so reinhalten umgelegt was man gut für mich wie ich auch noch an musste ein Gründen so da sind zwei Flauers von Plo als Stahl ich hab nur noch drei Erbsen dort so und die Kurve noch stellen die Kugel noch Pöttern stellt stellen denn hier auch hier 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 aber ja mal es kann die roll ich hab nicht gesagt ich will so die kurzen die erlauben weil ich weil ein bisschen weniger das ist aber die über keine mehr verstanden ich werde für das wir einmal alle pennen gehen ich habe keine mehr so wie da hast du zwei Stück aufgestellt oder? äh ja klar das waren nur zwei Stück ja wo hast du noch welche aufgestellt? ich will mir das einfach nur angucken keine Angst guck mal du hast nen Gas okay, wie viel hast du jetzt aufgestellt Nico? äh 6.07 Alter wie viel hast du gemacht? mit vollem Wettbewerb und Köln wo hast du die aufgestellt? Alter verpisst dich von meinem Bett hier da Pinkel an äh da Schleim, Schleim, Schleim das heißt Pach, Pach, Pach ich hab auch schlagen dich nicht überall ein auch das ist wie Haagel nur lebendiger hihihi lebendig? du kleiner Schleim okay, jetzt mal Penn nein, ich bin schon im Bett Papa, nein aber immer ey, das war mal die Zimmerpflanze also ehrlich, ey Schle? hol noch ein paar, äh, Setzlinge dann bekommst du auch noch welche bekommst du die wieder was hätten wir noch welche? egal alles lesen alles, wo bist du? oder auch nicht da wo du gehst hihihi ich lach wegen was anderem, Hexer weiß glaub ich was ich meine, oder? maybe so call me maybe so auf anderen Seite geht's auch noch weiter ich hab kein nix mehr, keines nix mehr äh, ich auch nicht wie kombiniere ich nochmal Maps? äh, nehm mal wie kombinieren ja, oder größer machen halt äh, noch mehr Papier rum ach so, okay, mach ich mal warte, wie das nächste, was die noch zeigen wollt ach ja, äh hier hast du noch ein paar Blumentöpfe stell dich mal auf den Resslichen bitte rauf hm, mach mal ne, bis mal na, wo haben wir denn Bambus? wie sieht Bambus denn überhaupt aus? Bambus? Zuckerrohr auuuh es klingelt malin, sieht ziemlich lecker aus was? ich, äh, ne musst du mich verstehen äh will ich das überhaupt verstehen? so ist wohl eher die Frage ich glaub nicht ne, wollte ich auch nicht verstehen zeige zeige so überblubb und wie groß geht die Maximum? äh ach, sagen wir mal, haben wir so äh, einmal kann man die nur vergrößern? einmal ach so muss man erst einmal ins Mentor widerlegen oder was zu viel Tag, ne? Hä? Ich kann ihn nur einmal vergrößern geht's auch eigentlich ja, komm mal her, versuch mal wie viel Schein haben wir hier eigentlich? ja, wir sind hier im Sumpfbillon, das spawnen die neuerdings ja, aber noch das ist irgendwo nicht stech ich bin sonst ja, leider ne, ich kann ihn nicht größer machen, obwohl ich hier mit Papier umrande sag nichts sag nichts so da ist ein riesiger Schlamm bei den Schafen, äh bei den Kühn mit drin übrigens mhm mhm ist ja auch Level 4 von 4 hä, wie kannst du das nachgucken? das steht drauf hä? du, Baby ich bin wohl drauf gefallen! hä, wo steht das? die Beschriftung davon bei mir steht Map Nummer 6 bei mir steht Map Nummer 6 ähm oh komm, deswegen mein Texture Pack gib mir doch mal bitte die Map her ah ok, jetzt weiß ich woran's liegt wieso? drück mal F3 und H äh äh, gib an dann siehst du's etwas genauer hä? F3 gedrückt hat nun H und dann macht das Inventar auf und dann guck nach was solltet ihr wo nach hinkriegen? ah, ok ok, gut zu wissen, danke mhm das gleiche geht auch mit, äh, F3P dann kannst du nämlich einfach stumpf mit Alt-Tab rausswitchen und das Spiel pausiert nicht ah, gut zu wissen so, ähm, dann haben wir das jetzt auch abgehakt äh, ja dann, Nico einmal bitte für das Item was du so gerne magst einmal mir die Sachen zu schmeißen bevor du wahrscheinlich auch schwierig gemacht hast nö was war, was war, ich war nicht richtig zu machen Bilderchen ne, hab ich nicht gemacht ich hab auch kein Zeug dafür ja was braucht man denn dafür was soll es gar nicht Sticks in der Mitte muss man Leder also ich muss sagen, ich hab mich echt gut vorbereitet heute glaub ich dir so, Leder sagt ihr oh, jetzt hab ich meine Pfeile ausgelagert haben wir hier immer noch Leder keine Ahnung guck mal dein Karaschatz wir haben noch nicht genug Kühe, um die zu töten ähm, wir haben aber was Slimes da drin, also reichen die? nein wir haben in unserer Farm haben wir insgesamt drei Slimes drin mindestens ach man das weiß nicht ne, hier sind vier da hinten sind noch zwei das war jetzt nicht ernsthaft, oder? das war genau so was für unterstisch klar wir wollen nieder haben nö mann ich hab mal weiß hier sowas für unterstisch klar, ey wie viel Bilder soll ich denn machen? mhm da wo bist'n? ach da ich mach's mal zu bitte ach maaaann so, und Leder umrandet von Sticks? jup was ist das? itemframe, also die Bilderrahmen ach so Alter, meine Maus wird auch irgendwie immer lauter ok, klack, 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 klack hat ja so extrem geht ok so, wo wollen wir denn ein Bilderrahmen hin? hängen wo dranhängen äh, eine Map stimmt, wie mach mal Kopien von Maps? äh, ne, leeren Map und ne volle Map in den Land packen ok rechtsklick und dann kopieren dritten ok ne, STRG C vorbei, STRG V copy paste ok, ich hab jetzt hier die ersten paar Slimes gefiltert kopieren statt kapieren ähm ach, da steht sogar die Haltbarkeit noch ja gut zu wissen haltbar kein Startup äh so, ein Redstone vier Eisen und Papier was machst du denn grad, Nico? hm? was machst du denn grade? mit nem Map ach so so du 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 ne, warte mal, wo wollen wir mehrere Maps machen? ach ja, apropos, ähm das hatte ich Hexta schon mal vorgeschlagen Wollen wir uns jeder die gleiche Map einmal im Inventar rein klatschen? ja, dann würde ich sagen, du machst Kopien von der einen, ne? ja, von mir, dann mach ich bei mir ein paar Kopien von erst mal vier also warte mal ich würde eine gerne hier im Lager haben eine würde ich hier beim Craften haben, sind zwei ähm ähm eine, hier, oben im Zimmer brauchen wir da noch eine Werbung eigentlich nicht, oder? heißt die selber, oder was? ja halt von der Umgebung damit wir die sehen können genau bei eins, zwei ähm, Dingens hier auch noch beim Whirlpool ja komm, beim Whirlpool sind drei hier sind vier 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 fünf für mich sechs sieben nico das heißt, acht neun Maps brauche ich, dass wir einmal noch die Originale haben jo ich habe jetzt gerade 31 Slimeboards gefarmt und bin nur auf der Scharform gewesen ja das ist ein bisschen zu extrem so